Wenn du etwas hast, was du gerne möchtest, aber dir das nötige Kleingeld fehlt, dann ist dies genau das richtige Video für dich. Und damit moin moin und willkommen zur ersten Folge von Daystarter Top 10 mit 10 Tipps, wie du Geld sparen kannst. Tipp 1. Jährlich landen in Deutschland etwa 1,9 Millionen Tonnen nicht verkaufter Lebensmittel aus dem Handeln im Müll. Wenn du beginnst diese zu retten, kannst du noch bares Geld sparen. Diese werden kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums in den Supermärkten oder Discountern oft kurz vor Ladenschluss reduziert angeboten. Zum Teil mit Rabatten von bis zu 70%. Wenn du flexibel bist, was die Wahl des Essens angeht, kannst du dir auch die App Too Good To Go holen. In der App werden dir Händler und Restaurants aus der Nähe angezeigt, welche Restetüten zu einem geringen Preis anbieten. So kannst du zum Beispiel beim Bäcker abends übergebliebene Backwaren retten und sparst Geld. Ein zusätzlicher Anreiz ist, dass du damit ein Zeichen gegen die Überproduktion setzen kannst. Tipp 2. Kaufe nur das, was du auch wirklich brauchst. Ich glaube, das kennt jeder. Man schlendert durch einen Laden oder stöbert online nach einer Hose. Dabei findet man ein Angebot für einen neuen Pullover. 20 Euro statt 60 Euro. Ein verdammt guter Preis. Auch wenn man den Pullover nicht braucht. Aber er wird schnell gekauft. Jetzt könnte man meinen, dass man 40 Euro gespart hat. Jedoch hat man eigentlich 20 Euro ausgegeben für etwas, was bereits im Schrank hält. Also, spar dir solche Ausgaben. Tipp 3. Wenn du kaufst, was du brauchst, achte darauf, dass du eine gute Qualität kaufst. Das bedeutet nicht, dass du mehr ausgeben sollst, sondern Dinge kaufen solltest, die du lange nutzen kannst. Dies ist bei vielen Produkten schwierig, da diese durch geplante Obsoleszenz oft nur den gewährleisteten Zeitraum überleben. Probiere also bewusst, ein Produkt für einen längeren Zeitraum zu kaufen. Du musst nicht alle zwei Jahre ein neues Smartphone haben und vor allem sparst du noch bares Geld, wenn du es nicht alle zwei Jahre austauscht. Tipp 4. Plane am Sonntag, was du in der kommenden Woche kochen möchtest. So kannst du am Anfang der Woche einen größeren Einkauf erledigen und weißt genau, was du kaufen möchtest. Wichtig ist, dass du verhinderst, Impulskäufe zu tätigen. Und aus diesem Grund solltest du auch nie hungrig in den Supermarkt gehen. Dieser Tipp kann dir auch helfen, dich gesünder und ausgewogener zu ernähren, da du dir bewusst einen Plan aufstellst. Tipp 5. Ein Tipp, der mir neben dem Studium sehr gut geholfen hat, auch mal ein bisschen Geld beiseite zu legen, um auch mal eine größere Anschaffung zu machen. Rechne dir aus, wie viel Geld du als Fixkosten hast, wie Miete, Strom oder Handy. Angenommen, es sind noch 300 Euro über, wenn du alles bezahlt hast, dann könntest du nun jeden Tag ca. 10 Euro ausgeben. Wichtig ist, du könntest, du musst es nicht. Wenn du nun also jeden Tag einen 10 Euro Schein in Bar in dein Portemonnaie packst und abends dein Wechselgeld in eine Spardose, wirst du merken, dass sich schnell eine Menge Kleingeld ansammelt. Und wie bekannt ist, Kleinvieh macht auch Mist. Tipp 6. Vermeide es auf Fertigessen oder Essen to go zurückzugreifen. Ein Fertigprodukt ist in der Regel immer teurer, als sich selbst zu versorgen. Es ist immer wieder verlockend, sich beim Bäcker schnell ein belegtes Brötchen mitzunehmen, jedoch kostet dieses mittlerweile oftmals bis zu 5 Euro. Für einen Bruchteil dieses Geldes kannst du dir morgens selber mehrere Brötchen schmieren und selbstgemacht schmeckt es doch eh viel, viel besser. Tipp 7. Checke regelmäßig deine stetigen Ausgaben und kündige Abos oder Verträge, die du nicht nutzt. Viele meiner Freunde zum Beispiel sind im Fitnessstudio angemeldet und nutzen es seit der Anfangseuphorie nicht mehr. So geht euch jeden Monat bares Geld verloren, welches ihr genauso gut sparen könntet. Wenn du deine Verträge schickst, prüfe auch immer, ob es nicht ein aktuell günstigeres Angebot gibt, um diesen abzulösen. Bei Stromanbietern lohnt sich ein Wechsel oftmals besonders, da die Neukundenbonis häufig bis zu 180 Euro betragen. Trage dir also am besten einen Termin zum Kündigen in dein Kalender ein, um so den alten Vertrag rechtzeitig ablösen zu können. Tipp 8. Saisonales Kochen ist fast immer günstiger. Wenn du saisonale Produkte in deinen Alltag einbinden kannst, kannst du bares Geld sparen, da diese in ihrer jeweiligen Saison in größeren Mengen verfügbar sind. Dabei gilt die alte Weisheit von Angebot und Nachfrage. Je größer das Angebot im Vergleich zur Nachfrage, desto geringer fällt der Preis aus. Tipp 9. Nutze doch öfter mal das Fahrrad oder gehe zu Fuß. Wenn du regelmäßig mit dem Auto fährst, kannst du viel Geld sparen, wenn du dieses auch mal stehen lässt und ein Verkehrsmittel nutzt, welches dir umsonst zur Verfügung steht. Im Studium hatte ich zum Beispiel keine Monatskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel. Diese kostet in Hamburg ca. 90 Euro. So spart man natürlich nicht die kompletten 90 Euro, da man ab und zu auch mal Bus und Bahn nutzt, aber man reduziert diese Kosten und bleibt gleichzeitig fitter. Tipp 10. Dieser Tipp wird dir wohl am meisten Geld sparen. Verzichte auf Softdrinks oder Wasser aus der Flasche. Wenn du Leitungswasser nutzt, welches in Deutschland von sehr hoher Qualität ist, zahlst du ca. 0,2 Cent pro Liter. Das bedeutet für dich, dass du für 1 Euro 500 Liter Leitungswasser bekommst, während du im Supermarkt nur 1 bis 9 Liter für 1 Euro erhältst. Vor allem musst du dieses Wasser nicht schleppen, da es dir direkt nach Hause geliefert wird. Ich freue mich, wenn dir die heutige Folge gefallen hat. Morgen früh um 7 Uhr kommt die nächste Folge Daystarter Daily Facts und am Mittwoch um 17 Uhr die nächste Folge 10 Dinge, Tipps oder Fakten. Bis dahin einen schönen Abend und bis morgen.